Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und da mein 5 Sterne Döner Test Video so vorzüglich bei euch ankam teste ich heute einfach mal eine 5 Sterne Pizza mmmmm lecker gegen eine 1 Sterne Pizza Oh Gott, Moment mal die sieht doch eigentlich ganz lecker aus Ey, faltes Bild Uahhhh, grässlich Und ich mein, wer wäre besser dafür geeignet als ich, weil ich bin ja ein Feinschmecker Feinschmecker Ich bin Fettsack Ich bin mega gespannt, wie die Pizza schmecken wird Wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingspizza Meine ist der dicke Thunfisch Ich find Thunfisch einfach mega geil Allerdings hab ich schon in Italien mal eine Thunfischpizza gegessen und die war wirklich, oah, mh, war die gut Die jetzt zu toppen, hm, wird schwer Aber mal gucken, wie das wird, ich bin gespannt Wir testen heute mal die Pizza von den Pizza Boys, beziehungsweise Pizza Jungs Und nach den Bildern sieht die schon schmackhaft aus, aber alter, uuhh Wie die in echt wohl wird 5 Sterne zu kriegen, Leute, ist wirklich ja nicht einfach Weil es geht immer irgendwie nach Ausschloch, dass es plötzlich einen Stern oder so gibt Deswegen, boah, ich bin gespannt, Alter, ob ich hier weggehauen werde oder ich enttäuscht werde So, Leute, jetzt geht's zu den Pizza Jungs Denn das sind meine Jungs Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs Äh, das sind nicht meine Jungs Der Teig wird extra mit der Hand gemacht, weil wenn man das mit so einem Nudelholz machen würde, wäre der Teig nicht so schon fluffig Das sieht schmackhaft aus Das sieht schmackhaft aus Versuch zwei... Auf geht's . Boah, boah, boah. . . . . . Ist es jetzt wirklich eine Fünf-Sterne-Pizza? Ich kann euch sagen, Leute, die Pizza war wirklich lecker. . . . . . . . . Oh, die war schon lecker! Deswegen schwer zu sagen, fünf Sterne. Oh, wow, war schon echt. Ich kriege auch gar kein Geld oder sonst was dafür. Ich unterstütze einfach gerne Menschen, die es verdient haben. Lecker? Das beschreibt es gar nicht. Es war köstlich. Die Olivenklochsoße zerfloss auf meinem Gaumen, während der leckere, dampfende Käse meine Zunge verwöhnte. Der Thunfisch nahm mich förmlich mit auf eine Reise ins Meer und zeigt ihm, wo er herkommt. Und zum Schluss wartet noch ein knusprer lecker Rand auf meinen dicken Bauch. Top! Jederzeit wieder. Aber von den fünf Sternen geht es zu den Einstern. Wo kriegt man denn jetzt eine Einsternepizza her? Tja, Leute, dafür müssten wir den Abgrund der Welt. Auf geht's. Oh, wir sind endlich da. Rewe. City. Oh, Restaurante im Angebot. Und hier haben wir das Böse. Bevor ihr es euch in meine Kommentare schreibt, das ist doch gar keine Einsternepizza. Also, Leute, eine Einsternepizza zu finden in Hamburg ist natürlich unmöglich, außer man faked das und das möchte ich nicht tun. Und bevor jetzt einige sich richtig krass getriggert fühlen, weil sie die Ja-Pizza sich reinschaufeln, möchte ich dir sagen, Böse. Aua. Nein, wie kannst du das reinschaufeln? Für mich ist persönlich die Ja-Pizza Dicker Stern, wirklich dicker. Das ist aberartig, Leute. Ich will nicht wissen, was für ein Hexenmeister die zubereitet. Warum hast du eine Lieferando-Jacke an? Ähm, warum liegt hier Stroh? Dann blaß wir nur rein. Für mich persönlich ist das eine Ein-Sterne-Pizza. Hallo, drei Pizzas für zwei Euro, drei Lebensmittelverdiftungen für zwei Euro. Und das dreimal täglich. Danke, Ja-Pizza. Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Na gut, dann machen wir mal die Margarita auf. So. Hä? Hey, was ist denn das? Ich wieg jetzt 35 Kilo zu viel. Hier sind die drei Pizzchen. Aber ihr könnt mir doch nicht sagen, das sieht appetitig aus. Das sieht aus, aber billig, ekelhaft. Ketchup aufgeklatscht worden ist. Ein bisschen Streusel-Käse. Und keine Liebe. Wir tunen jetzt die Pizza noch ein bisschen mit Thunfisch, damit es auch fair ist. Oh, rauf da, rauf da, rauf da. Und hier ist die Ein-Sterne-Pizza. Also das ist mal ganz ehrlich, ne? Der Rand sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Thunfisch spricht mich an, weil ich ein Fisch bin. Aber die Tomatensoße sieht absolut widerlich aus. Also wie wirklich, das sieht einfach ekelhaft aus, muss ich sagen. Der Käse sieht auch nicht appetitlich aus. Ich bin gespannt. Was mich jetzt schon an der Pizza richtig stört, ist, ihr seht doch, der Rand ist braun, ne? Ich hab sogar extra länger drin gelassen. Und ich bin wirklich ein Randjunge. Das heißt, ich lebe am Rand. Oh Gott, war der schlecht. Seid ihr eigentlich Randboys und Girls? Oder seid ihr eher so, nee, Rand esse ich nicht. Ey, das sind so komische Menschen, ne? Rand ist Pflicht. Alter, ein guter Rand ist so viel wert, ne? Ja, der Mann liebt doch den Rand. Oder bin ich da ganz allein? Nein. Aber was mich davon verstört ist, guckt euch mal an, die Pizza ist ein bisschen labbrich, obwohl sie wirklich gut durchgebacken ist. Das zeigt ja immer schon, ja, Qualitäten, die Stars, wurde ein bisschen ordentlich gespart. Da waren die nicht so großzügig wie ich. Alter, bin ich großzügig, oder was? Dann beiß dich mal rein, liebe Leute. Und wenn das meine letzten Worte waren, dann, ähm, Banani. Ich wollte es dir nicht sagen, aber wir haben ein Kind zusammen. Ich hab schon Bock. Ich muss sagen, der Thunfisch ist echt geil. Die Tomatensauce ist richtig billig. Alter, I'm sorry, man. Wenn ich hier schon auf Kritiker machen soll, dann muss ich echt sagen, die Tomatensauce ist mal hingeklatscht wie sonst was. Der Käse ist jetzt okay. Ist wirklich okay? Okay. Der Thunfisch holt voll viel raus. Ja, aber ich sag mal so, ne, isst du drei Dinge davon, dann war's das mit dir. Doktor, was hab ich? Haben Sie vielleicht zufällig ein paar Stücke von dieser Pizza gegessen? Ich hab die ganze Pizza gegessen. Oh, dann seh ich schwarz für Sie. Was? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich könnt mir mal ein Stück genehmigen. Mal gucken, wie der Rand ist. Gar nicht so schlecht. Okay. Ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so enttäuscht. Ich würde da jetzt echt keinen Stern geben. Ich würde so zweit mal fünf Bananis geben, würde ich sagen. Nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Diese Thunfisch, die verwirren mich ja. Ein Stück ohne Thunfisch? Okay, ich schwör. Das schmeckt irgendwie ladriger, weil da kaum Thunfisch drauf ist. Ey, der Thunfisch hat mich verwirrt. Aber selbst im Maßstab des offenen Meeres gibt es ein Tier, das alle anderen aussticht. Das Killerschwein. Nein, also wirklich, ich bin ein wirklich großer Thunfisch-Fan, der es mag, der macht Thunfisch den Geschmack davon. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde die Pizza gar nicht so schlecht. Zeig mal, fünf Bananis ziehen wir ab. Wir sind bei zwei Bananis. Aber ich dachte echt ein Stern. Ich dachte echt schlimmer. Also zwei Sterne ist auch nicht gerade gut, aber es ist besser als ein Stern. Aber die Fünf-Sterne-Pizza, dagegen ist die hier ein. Aber zwei Sterne, ich sag mal so, wenn man absolut Hunger hat, alles im Arsch, es jeder Laden zu hat und nur noch irgendwie die Ja-Pizza da liegen würde, dann würde ich sie schon essen. Aber so an sich würde ich die nicht holen. Meine Meinung, weil ich weiß, es wird einige triggern, die sagen, Alter, Ja-Pizza esse ich jeden Tag. Ich fresse es. Ich fresse es every day, every night. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch unbedingt noch sagen möchte. Ich glaube, das Gefühl kennt ihr, wenn ihr eine Pizza isst und allgemein auch Fast Food isst, aber jetzt auf Pizza bezogen. Man isst so und yeah, lecker oder okay, wie auch immer. Und bei mir war es ganz dann oft so, dann sagt mein Magen so, die Toilette ruft. Au, ich schwöre es bei der Fünf-Sterne-Pizza, ich hatte das nicht. Ich musste echt nicht sch***. Toilette gehen, groß machen. Aber bei dieser Ein-Sterne-Pizza macht sagt jetzt mein Magen schon. Scheiße, Mann, was ist denn hier los? Das ist ein dicker Unterschied. Um euch den Tag zu versauen, wollte ich euch nochmal kurz sagen, ich gehe jetzt die Toilette sprengen. Ey, ich muss zugeben, ich habe die Ja-Pizza vor ein paar Monaten gegessen und da war die ehrlich irgendwie ekliger. Da war die wirklich richtig, ich dachte mir so, Alter, was esse ich gerade hier? Aber jetzt, im Gegensatz dazu, einen Stern mehr würde ich auf jeden Fall geben. Gut, das war der Test. Ein-Sterne-Pizza gegen Fünf-Sterne-Pizza. Die Fünf-Sterne-Pizza war natürlich absolut köstlich. Die Ein-Sterne-Pizza war im Nachhinein sogar eine Zwei-Sterne-Pizza, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr wollt, gönnt euch gerne das letzte Video und natürlich auch ein anderes Video, was euch empfohlen wird hier. Falls ihr euch getan habt und neu auf dem Kanal seid meine Fresse zum allerersten Mal seht, dann gerne, gerne ein Abo da lassen. Das würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, das Video hat gefallen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.